Rocco Reitz, die Entdeckung der letzten Saison bei Borussia Mönchengladbach, könnte plötzlich vor einer unerwarteten Herausforderung stehen. Das junge Eigengewächs, das in der vergangenen Saison in allen 34 Bundesligaspielen zum Einsatz kam und als zentraler Mittelfeldspieler sechs Tore erzielte, sieht sich nun mit einem neuen Konkurrenzkampf konfrontiert. Reitz, der sogar vom Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft eingeladen wurde, steht möglicherweise vor der Aufgabe, seinen Platz im Team zu verteidigen. Im jüngsten Spiel gegen den VfL Bochum saß Reitz zunächst nur auf der Bank und wurde erst in der 68. Minute eingewechselt. Ein klares Zeichen dafür, dass seine Stammposition nicht mehr sicher ist. Trainer Gerardo Seohane entschied sich stattdessen, den Neuzugang Philipp Sander neben dem gesetzten Vizekapitän Julian Weigl auf der Doppelsex aufzustellen. Sander, der in der letzten Saison als Kapitän und Mittelfeldchef bei Holstein Kiel maßgeblich zum überraschenden Aufstieg des norddeutschen Klubs beitrug, ist nun ein ernstzunehmender Konkurrent für Reitz. Seohane begründete seine Entscheidung mit den unterschiedlichen Profilen der beiden Spieler. Beide haben ein defensives Profil, aber Rocco spielt mehr über die Zweikämpfe und die Bissigkeit in den Duellen. Philipp hingegen besticht durch sein defensives Positionsspiel. Ich hatte das Gefühl, dass Philipp gegen eine Mannschaft wie Bochum, die auf schnelles Vertikalspiel setzt, mehr Stabilität auf der Doppelsex bieten würde. Der Konkurrenzkampf zwischen Reitz und Sander verspricht spannend zu werden. Auch Sportdirektor Roland Wirkus, der Sander frühzeitig für eine festgeschriebene Ablösesumme von rund einer Million Euro verpflichtete, sieht das ähnlich. Rocco ist ein Spieler. Der bringt dir Energie. Der bringt eine gewisse Wildheit mit. Philipp hingegen ist diszipliniert, sehr organisiert und strukturiert. In Bochum war es entscheidend, dass die Positionen gehalten werden, die Abstände kurz sind und die zweiten Bälle gewonnen werden. Wichtig war auch, dass Rocco gegen Ende noch einmal Energie bringen konnte. Die Frage, wer sich im Duell zwischen Reitz und Sander langfristig durchsetzen wird, bleibt spannend. Fakt ist, in Gladbach gibt es einen neuen Konkurrenzkampf. Und das kann für die Mannschaft in der Bundesliga nur von Vorteil sein. Abschließend bleibt die Frage, wie sehen die Fans diese Entwicklung? Kann dieser neue Wettbewerb im Team zu einer Leistungssteigerung führen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.